hallo ist so martin für meine bank ist dass die dax analyse für nun mittwoch den 10.03.2021 und unser dax hat die stratosphäre erreicht hat sich ein gutes stück weiter nach oben arbeiten können auch wenn es für den einen oder anderen eher als schwache leistung wirkte ist ja dann trotzdem fast 100 punkte über den vortag aus dem renn gegangen hat auch eigentlich recht deutlich wie soll ich sagen er hat reinkommende rote kerzen eigentlich recht deutlich direkt immer wieder rausgenommen selbst ist viel ruhe reingebracht grundsätzlichen ruhigen handel aufgezeigt stabilität gezeigt und von daher sie erst mal ein bisschen hoch wir hatten ja so bist darüber gesprochen dass man so zwei szenarien vor augen oder ich so zwei szenarien vor augen habe das eine war ja dass er sich komplett nach unten durch drückt den ganzen dienstag wenn er eben richtig schwach auch rein startet das hat man hier gesehen da ist ja nicht mal bis an die 2 80 rangekommen hat sich direkt gleich am ersten am ersten stückchen nach oben wieder zurückgezerrt zurückgezogen und hier ein ganzes stück eben dann weiter hoch schieben können insofern der dax hier erst mal noch auf dem bullisch auf der bullischen route wir haben jetzt hier einen rücksetzer vorgesehen der ist durchaus auch legitim das sieht man ganz gerne mal dass der mittwoch ein bisschen schwächer reinkommt soll aber bitte nicht darüber hinweg täuschen dass die auf trendlage hier noch aufwärts ist und das natürlich das ganze direkt auch schon per aufwärtsgeb ausgehoben werden kann das wäre jetzt in so einem moment nicht ganz ungewöhnlich wir haben gestern gesagt dass ich nicht davon ausgehe dass er den oder das ist also wir haben so haben wir es nicht gesagt nein wir haben nicht gesagt dass ich nicht davon ausgehe dass er dass er fällt sondern wir haben gesagt wenn er da richtig schwächer reinbringt früh dann kann das durchaus auch richtig lang durchziehen dass ich aber das neben nicht favorisieren würde einfach weil so viele noch short drin sitzen so und da hat sich nichts daran erinnert im gegenteil sind vielleicht sogar noch ein paar shorts dazugekommen ich glaube da fehlt noch mal so ein schöner schuss nach oben dass man die halt wirklich bereinigt dann einfach mal vier fünf tage zur seite vielleicht vielleicht kann er das auch auf dem niveau schon machen das wäre vollkommen legitim aber das fände ich jetzt ganz passend dass er über den mittwoch donnerstag einfach noch ein bisschen zur seite da oben schlägt stück für stück vielleicht sogar noch ein paar neue marken raus nimmt die 65 fände ich ja noch total interessant die 445 die haben jetzt schon erreicht der hat da da ganz deutlich gezeigt dass er die gern hat und dass er dort auch eine ganze weile erstmal zur ruhe kommt man hat jetzt hier auch noch die 480 glaube ich erreicht die hat man im intraday updates mit drin also diejenigen die noch die mails bekommen wir auch hier unten die 315 als rücklaufmarke das war jetzt so aus der analyse heraus noch nicht erkennbar gewesen stand gestern das ist ja das ergibt sich dann halt manche sachen die ergeben sich einfach im tageslauf aber ich glaube mit unserem mit unserer bewegungsrichtung hier hoch an die 445 war das erst mal nicht ganz verkehrt also für den mittwoch mich wird das nicht wundern wenn wir das kriegen 400 bis 360 runter das würde ganz gut passen von dort schon wieder eine stabilisierung und erst mal wieder hoch der muss hier nicht viel machen der kann einfach nur seitwärts laufen das reicht vollkommen aus das ist vollkommen in ordnung das ist typisches verhalten auch in so einer bewegungsphase arbeitet ganz gerne dann per gap arbeitet ganz gerne sehr punktuell dass er sich 8 bis 9 Uhr hier ein bisschen träge runter legt vielleicht 9.15 Uhr noch ein bisschen nach unten drückt und dann aber auch relativ schnell wieder auskommt hat bewegung nach oben macht und dann einfach wieder zur seite stehen bleibt das sind ganz typische muster die man in aufwärtsbewegung auf allzeit hoch ist auf jeden fall immer wieder im dax sieht und je nachdem wie lange diese phase hier jetzt eben noch bestand hat sollte man sich da auch nicht zu spät daran gewöhnen halten klar kann das recht zügig auch wieder zurückgehen und und alles umdrehen das kennen wir von den letzten allzeithochs aber ich stand jetzt immer erst mal im ausbruch und das was wir gestern gesagt haben das gilt halt heute auch im zweifel steigt er jetzt halt erst mal weil er durchrein weil die leute auch alle wie die bekloppten halt einfach nur dagegen shorten und man nicht so richtig drin sind und er glauben dass das alles wieder umdreht und fällt und spätestens da nach unten wieder dreht und das sind dann ganz gerne mal so punkte wo er sich dann halt einfach bewegung rausholt halt wo mache ich die strecke machen kann weil die leute gerade überrascht hat und eher mehr gegen sich hat als 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 mit sich und dann steigt er leichter also meine erwartungshaltung wäre hier ganz klar dass wir hier noch weiter steigen können ich habe jetzt hier die die 560 600 das ist ein schöner bereich können vielleicht die 600 hier mal mit markieren das ist ein schöner bereich 560 600 von dort könnte ich mir auch durchaus vorstellen vielleicht sogar 635 ja das gefällt mir sogar ganz gut hatte jetzt automatisch dahin gelegt das wäre für mich eigentlich schöne erste bereich um 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 hier vielleicht dann auch mal so ein bogen zu schlagen dass er dann hier so eine range etabliert auf dem niveau dann hat er schön oberhalb des ausbruchs wo alle dagegen gekriegt hat kann hier noch mal ein bisschen raus und dann kann ich hier schön hin und her spielen das fände ich ganz typisch und passend könnte ich mir noch gut vorstellen ansonsten wäre unterhalb jetzt erst mal wenn der mittwoch schwach rein startet das macht er ganz gern wie gesagt würde ich auf die 400 360 achten von dort könnte wieder hochdrehen ansonsten geht er so durch dann kann aber durchaus auch noch mal unter das tief vom 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 dienstag drunter stechen und mal hier so die 280 250 ausloten dann glaube ich auch zum mittwoch ja vielleicht noch nicht dass er dann auch wirklich tiefer geht das hätte eher wenn er zum dienstag gepasst sondern mittwoch eigentlich nicht der mittwoch hätte eigentlich sogar eigentlich sogar eher ja sowas hier halt na also hätte sogar mehr potenzial auf dem wir machen das einfach mal auch hätte sogar mehr potenzial auf der aufwärtsseite dann halt noch hochzunehmen dass er dann noch weitere hochs generieren kann das machen wir jetzt auch einfach so so dann würde ich hier oben einfach noch mal so ein kleines ding dran machen dass man das ein bisschen erkennt also mir ist die 560 eigentlich so super wichtig aber das passt hier so gerade schön auch mit dem bändern das kommt bestimmt gut so solche bereiche die mag der tax ganz gerne 600 635 das ist schon wieder so eine stelle wo der ein oder andere dann halt auch einfach raus muss man ja nicht mehr halten kann halt weil es zu teuer wird und dann holt sich der tax erstmal wieder ein bisschen runter dann steigen die alle wieder short ein und dann kann dann wiederum pendeln also das das würde ich jetzt hier mal so so oben ran nehmen 560 635 das wären oben noch meine ziele zum mittwoch halte ich erreichbar trend ist aktiv trend ist aufwärts auch wenn hier nicht viel gekommen ist 100 punkte höher ausgegangen tax katze ist schmuck grün haben alles was nach unten kam direkt ausgekontert das ist aufwärts trend erst mal noch per definition so und solange da noch nichts passiert dann gebe ich dem jetzt erstmal noch ein bisschen platz das kann durchaus noch bis zum donnerstag reingehen und dann kann er sich zum donnerstag mal ein bisschen abkühlen ja und deswegen würde das eigentlich ganz gut passen dass wir zum mittwoch vielleicht noch hier hoch steigen und dann donnerstag mal anfangen abzukühlen vielleicht sogar am donnerstag noch mal wieder auskommen dann zum freitag wieder abkühlen und das dann hier so langsam mal wieder ein bisschen auf beider auf beiden seiten bisschen was los ist nein es war sehr recht eintönig gewesen und ja das so die zwei sachen die ich für den mittwoch sehe wie gesagt kriegt man einen start an der 450 oder tiefer dann glaube ich rein in die 400 in die 360 und von dort gegebenenfalls wieder hoch kommt er mit aufwärts gepreint dann dann geht es direkt auf die bereiche zu hier 560 und 635 600 das ist eine schöne zone das ist eine schöne zone die gefällt ihm bestimmt da 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 spuckt er bestimmt auch mal eine schöne rote stundenkerze weg dann da wird sich vielleicht der ein oder andere mal freuen der hier mal ein bisschen auf bisschen auf was abwärts hofft halt oder 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 spekuliert halt das dürfte dann leichter fallen ja freunde mehr kann man soweit eigentlich gar nicht sagen trends noch aktiv sprich es macht keine umkehrsignale drin ja wie gesagt 360 wäre für mich jetzt hier so erstmal so kleine barriere unter 360 hätte ich dann eher so die 280 ich glaube aber auch dass ihm dort eine stabilisierung gelingen würde somit woch 280 250 wenn er denn soweit kommt glaube ich fast eher gar nicht und würde eher darauf tippen dass wir hier oben einfach noch ein bisschen rum weil einfach noch viel zu viele 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 dagegen stehen halten also noch viel zu viele dagegen unterwegs das merkt man das merkt man ganz ganz deutlich und die die longs und die brechen sofort ihre longs ab weil sie ungeduldig werden ziehen sich die shops so nah ran dass sie dass sie von den shops dann eingeholt werden obwohl der markt sich gar nicht bewegt weil sie immer ungeduldiger werden und da ist noch nicht zu viel da ist noch kein übermut auf der oberseite erkennbar und noch viel zu viel aktionismus auf der unterseite und von daher denke ich schon dass da dass da noch was geht mehr kann ich dazu nicht sagen wir können auch kurz im tag ist stand reingucken aber das müsste einem klar sein wie die kerze aussieht die ist grün die geht aus dem band raus die steigt der hat unten noch mal schön aufs band aufgesetzt ausgesteigt symbolisiert oder zeigt uns damit eine übertreibung an wir haben hier ein wichtiges tagesschau ziel auf jeden fall erreicht um die 445 haben dort allerdings noch keine umkehr reingesetzt also da müsste jetzt auch mindestens eine rote tages kerze kommen mit close unter 300 60 tagesschau ziel und 360 damit wir hier wieder nach unten ein bisschen was anzählen können in richtung 14 1 80 14 100 reihen aber dazu bräuchte es erst eine rote tages kerze unter 360 und solange die nicht ist können da jetzt auch noch vielleicht ein zwei seitwärts kerzen vielleicht mal einen hanging man einen doji daneben dann wieder eine grüne tages kerze kann schon ein bisschen was abarbeiten ja ist jetzt erstmal ausgebrochen das ist einfach so ok gut dann haben wir das soweit betrachtet soweit beleuchtet haben stundenchart die bereiche besprochen so viele sind sie ja gar nicht und von daher bleibt mir einfach nur zu sagen nicht köre machen lassen sich verrückt machen lassen es gibt leute denen liegen solche bewegungsphasen überhaupt nicht die kommen damit einfach nicht klar dass das 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 liegt nicht auch wenn der markt die ganze zeit zur seite macht die lösung ist dann nicht mehr einsatz mehr risiko größere position mehr trades länger davor setzen das hilft alles nicht das einzige was dann hilft ist ausmachen ausmachen warten bis der wieder das macht was euch liegt das kann ich da als empfehlung einfach nur mitgeben weil das das sind so da haben viele schwierigkeiten immer wieder immer immer mal wieder halt na egal ob hier in sowas oder hier oder sowas haben ja sie sieht man immer mal halt so phasen wo es einfach nur in eine richtung geht das käme auf geht sogar runter zu runter zu felsen meist noch mal leichter hoch zu felsen meisten doch deutlich schwerer und von daher wirklich der hinweis dann vielleicht einfach warten bis vielleicht auch irgendwo wieder ein bisschen politisch stress reinkommen bis in unruhe rein kommt momentan ist das relativ ruhig und von daher ja entweder fügen unterordnen mitmachen oder das weitersuchen weil es ist es ist unverkennbar jetzt gerade kleine bullen phase die kann noch ein paar tage andauern die muss noch nicht zu ende sein und wem das nicht liegt der muss halt einfach da ein bisschen kürzer treten halt da bringt es nichts mehr einsatz reinzugeben und sich am ende zu ruinieren da hat man nichts gekonnt haben so ein umkehrsignale wie gesagt nicht ich kann mir das gut vorstellen dass wir wenn der schwächer reinkommt wirklich kommen auch ein paar zahlen noch rein vor handelsbeginn das könnte ich mir gut vorstellen 3 60 400 dann schon wieder stabilisieren hoch oder wenn kein abwärtsgap kommt und er vielleicht sogar ein aufwärtsgap über 460 über 470 springt dann direkt rein in die nächsten zu inhalten 560 600 635 das wäre so was ich im blick habe zum zum mittwoch ich hoffe es hilft euch ich würde euch dann ja viel erfolg wünschen und holt euch paar punkte raus messer schön zur seite stellen messer schön zur seite nehmen und dann gezielt rein in den kerl punkte holen fertig wir hören uns morgen wieder bis dahin ciao